Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. In diesem Video möchte ich euch zum einen meine Blühne Psychopsis Mariposa Green Valley vorstellen und euch dazu Tipps geben, wie ihr die Pflanze erfolgreich pflegen könnt und worauf ihr achten müsst. Das ist sie nun endlich. Ich habe sie euch ja schon vor einigen Tagen und Wochen angekündigt, dass ich sie euch vorstellen werde, sobald sie blüht. Sie ist momentan am Blühen, wie man sehen kann. Es ist eine sehr interessante Blüte, die Psychopsis Mariposa Green Valley, ist eine Kreuzung aus Psychopsis Papilio, das ist eine Naturform mit einer Hybride gekreuzt, das ist die Psychopsis Kalihi. Das ist das Ergebnis eben aus dieser Kreuzung. Und wie man sehen kann, ist das wirklich ein schönes Ergebnis. Wenn man sich diese Blüte anschaut, dann persönlich stelle ich mir die Frage, wieso man gerade Phalaenopsis Orchideen als Schmetterlingsorchideen bezeichnet, weil ich finde, gerade was die Psychopsis betrifft, die hat doch mehr eine Form von einem Falter oder von einem Insekt, als das jetzt hier bei der Schmetterlingsorchidee der Phalaenopsis der Fall ist. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Und ich finde, sie ist nicht einmal so falsch, weil für mich schaut das mehr nach einem Schmetterlingfalter aus, als jetzt so eine Phalaenopsis blüht. Kommen wir zur Kultur und Pflege von Psychopsis Orchideen. Es gibt sehr, sehr wenige Psychopsis Orchideen, beziehungsweise welche, die botanisch in diese Ecke, sag ich mal, eingeordnet werden. Zwei bis vier Arten sind das. Und die kommen komplett in Südamerika vor, wachsen dort im Flachland und in den Bergwäldern bis zu einer Höhe von 1300 Metern. Und das wiederum von der Herkunft und der Höhe, in der sie vorkommen, sagt uns etwas sehr, sehr Wichtiges über die Kulturbedingungen der Psychopsis Arten und Hybriden. Denn dort, wo sie wachsen am Naturstandort, ist es sehr warm bis heiß. Das heißt, diese Pflanze braucht auf jeden Fall zur Kultur eine sehr hohe Temperatur, ganz im Gegensatz zu anderen Orchideen, die deutlich kühler kultiviert werden können. Und das wiederum ist ein Hinweis für die Kultur im Winter. Diese Pflanze darf, was hier unten den Topf betrifft, das Wurzelwerk betrifft, nicht kalt stehen. Also ein kaltes Fensterbrett, eine Steinplatte oder was auch immer ihr am Fensterbrett habt, ist alleine schon dadurch, dass es direkt an der Wand ist, in der Regel auch schön kalt. Und das mag die Pflanze nicht. Da sterben die Wurzeln sofort ab. Oder was heißt sofort, aber relativ schnell sterben die Wurzeln ab. Und über kurz oder lang fragt man sich dann, warum entwickelt sich die Pflanze nicht weiter. Die sah doch so super knackig aus. Und tja, das ist dann das Problem. Sie mag es richtig warm. Auch die Luftfeuchtigkeit muss entsprechend hoch sein. Am Naturstandort regnet es sehr regelmäßig. Das heißt, sie mag zum einen natürlich feuchtes Substrat und dann entsprechend eine hohe Luftfeuchtigkeit und dann entsprechend auch hohe Temperaturen, in der sie sich entwickeln kann und wohlfühlen kann. Psychopsis Mariposa, das ist das Tolle. Sobald die eine Blüte verblüht ist, kommt revolverblütenartig gleich die nächste Blüte. Man kann es vielleicht hier erkennen. Hier unten ist gleich die nächste Knospe. Das heißt, wenn die obere Blüte weg ist, dann kommt die nächste Knospe. Also bei dieser Orchidee definitiv den Blütentrieb nicht entfernen. Auch wenn ihr denkt, da passiert doch nichts. Oder auch wenn über Wochen oder gar Monate gar nichts passiert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass hier auf jeden Fall nochmal eine Blüte sich entwickeln kann. Ja, das war es an sich so von den Kulturbedingungen. Sehr warm, sehr hohe Luftfeuchtigkeit und entsprechend regelmäßig gießen. Wie schaut das von Habitus aus? Die Pseudobulben, die sich hier unten befinden, die sind sehr, sehr klein. Die erreichen eine Größe bis ca. 4 cm im Durchmesser. Und dann gibt es diese für Oncidium-Orchideen typischen Eselsohrenartigen Blätter, die sehr lang sind. Das Blatt hier hat jetzt etwa eine Länge von 20 cm. Und der Blütentrieb kann durchaus sehr, sehr lang werden. Vor allem wenn dann nach und nach immer mehr und mehr Blüten gekommen sind, dann kann das sehr, 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 sehr lange sich entwickeln. Die Pflanze kann im Topf kultiviert werden oder auch aufgebunden. Wobei im Topf ist von der Kultur das entsprechend einfacher, wie das zum Beispiel bei den meisten anderen Oncidium-Orchideen auch der Fall ist. Wenn ihr jetzt, weil ich das schon angesprochen habe, im Winter nur eine kalte Fensterbank habt, dann solltet ihr diese auf jeden Fall zum Beispiel mit einem Stück dickem Styropor isolieren, sodass nicht die direkte Kälte an den Topf kommen kann. Oder ihr stellt es einfach an einen Tisch, an ein Regal, etwas weiter im Raum, wo die Pflanze sich dann entsprechend weiterentwickeln kann und dann auch sich wohlfühlen kann. Sollte es mal der Fall gewesen sein, dass die Pflanze bei euch einfach zu kalt gestanden ist und schon gelitten hat, dann könnt ihr sie einfach ein bisschen, oder solltet ihr sie wärmer stellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wieder gegeben, dass sie sich von diesem Schock erholen kann. Abgestorbene Wurzeln können, gerade was sympodial wachsende Orchideen betrifft. Und die können sich gleich am nächsten Trieb wiederentwickeln. Die sind relativ hart im Nehmen, das heißt, selbst wenn sie mal keine Wurzeln haben, es kann immer wieder ein Neutrieb nachgeschoben werden. Es gibt überall an den Pseudobulben ruhende Augen, die immer wieder austreiben können. Gewährleistung ist eben, dass es der Pflanze dann soweit die Möglichkeit geboten wird, dass sie sich entsprechend weiterentwickeln kann. Ihr seht hier, blüht wunderschön noch mein Dendrobium, Goldschmidtianum. Dann habe ich hier meine Odontoglossum-Hybride, die mittlerweile einen wunderschönen Blütentrieb ausgebildet hat. Und dann habe ich hier noch eine Ceratus Thylis, Retisquama, die hier gerade eine Blüte ausbildet. Sobald die dann am Blühen ist, werde ich mich um dieses Thema dann auch näher kümmern und euch hier Pflegetipps zu dieser Orchidee geben. Bei der Odontoglossum komme ich dann ebenfalls auch zu den Pflegetipps. Phalaenopsis habe ich ja auch schon angesprochen. Hier hinten seht ihr noch einen neuseeländischen Weihnachtsbaum, heißt diese Pflanze. Das ist eine wunderschöne Pflanze, lässt sich auch super easy, naja easy ist ein bisschen übertrieben, relativ einfach mit ein paar Kniffen heranziehen aus Samen. Und sobald die dann auch am Blühen ist, gibt es dann natürlich auch zu diesen exotischen Zierpflanzen mehr Tipps. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Orchideen, andere Zier- und Nutzpflanzen, exotisch wie mediterran oder auch einheimisch, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Video und tschüss. Und ich genieße jetzt noch die Psychopsis marimposa Green Valley. Wunderschöne Pflanze. Bis zum nächsten Mal. Wunderschöne Pflanze. Wunderschöne Pflanze. Wunderschöne Pflanze. Wunderschöne Pflanze. Untertitelung des ZDF, 2020